Was ist eigentlich in Clicktip Enterprise enthalten? In diesem Video erfährst du, was in Clicktip Enterprise genau enthalten ist und warum es sich lohnt, auch auf dieses Paket zu gehen. Clicktip Enterprise ist das Flaggschiff-Produkt von Clicktip. Das heißt, es gibt kein besseres Paket. Natürlich hast du in Clicktip Enterprise alle Features von Clicktip unlimitiert enthalten. Von Start an kannst du mit Clicktip Enterprise mit 10.000 Empfängern arbeiten und kannst es dann natürlich upgraden auf bis zu 10 Millionen Empfänger. Du kannst endlos viele Kampagnen bauen, endlos viele Digistore-Produkte anlegen, endlos viele Split-Tests machen. Alle Funktionen stehen dir komplett unlimitiert zur Verfügung. Du kannst genauso auch einen Single-Opt-In nutzen, du kannst die App benutzen, du kannst alle Schnittstellen natürlich auch in Gänze benutzen. Mit Clicktip Enterprise bekommst du einen eigenen, dedizierten Mail-Server und eine eigene, zertifizierte IP-Adresse. Das ist auch der Grund, warum es bei Clicktip Enterprise eine Einrichtungsgebühr gibt. Die Einrichtungsgebühr wird dafür benutzt, um für dich deinen eigenen, dedizierten Mail-Server aufzusetzen und die IP zu hinterlegen. Das heißt, du arbeitest danach, technisch gesehen, als hättest du ein eigenes IT-Rechenzentrum bei dir im Einsatz. Du arbeitest absolut white-labelled. An keiner Stelle mehr kann man erkennen, mit welchem E-Mail-Marketing-Tool du gerade versendest. Und das ist natürlich das absolute Premium-Modell für die höchste Zustellbarkeit und für an sich das beste E-Mail-Marketing, was du an dieser Stelle betreiben kannst. Wenn du mit Clicktip Enterprise starten möchtest, dann habe ich heute ein Geschenk für dich. Denn du kannst Clicktip Enterprise zusammen mit der Business Automation Mastery erwerben. Die Business Automation Mastery ist der Online-Lernkurs, passend zu Clicktip Enterprise. Hier bekommst du über 60 schlüsselfertige Kampagnenvorlagen, die du mit einem Klick in deinem Konto importieren kannst. Und dort sind bereits fertige getextete E-Mails enthalten. Die kannst du mit wenigen Klicks für dich anpassen und schon hast du fertig funktionierende Kampagnen. Das alles findest du in der Business Automation Mastery. Zusätzlich möchte ich dir anbieten, wenn du heute Clicktip Enterprise bestellst, bekommst du von uns ein 2-Tages-Live-Training mit dazu. Das sogenannte Business Automation Live. Business Automation Live ist ein Live-Workshop mit mir, mit dem Clicktip-Experten seit 2017. Und hier wirst du von mir einmal alles mitbekommen, was du mit Clicktip eigentlich machen kannst. Und wir werden ganz individuell auf deine Fragen eingehen. Den Link zu diesem Paket findest du direkt in der Beschreibung. Und ich freue mich schon, dich in unserer Business Automation Live wirklich Angesicht zu Angesicht begrüßen zu dürfen.